Ja, hallo, hier sehen Sie das Fluidbeet Amigo mit dem Schnellwechselsystem. Die Becher, die werden auch gleichzeitig zur Aufbewahrung der Pulverlacke genutzt und können bei Bedarf schnell auf die Basis gesteckt werden. Der Becherboden besteht aus 3 mm starken luftdurchlässigen Filtermaterial aus strapazierfähigem Kunststoff und eignet sich für diese Zwecke ganz hervorragend. Die benötigte Luftmenge kann von Farbe zu Farbe unterschiedlich sein und kann über den Kugelhahn dann entsprechend angepasst werden.